Und da sind wir wieder an diesem Dienstag mit einer großzügigen Taylor Swift und dem Pechvogel des Tages. Hallo zur Brisant. Letzte Woche habe ich noch Urlaub in der Uckermark gemacht. Zum Glück hatte ich Gummistiefel dabei. Für viele ist dieser Sommerurlaub schon ins Wasser gefallen. An der Nordsee, wie hier in Wangerooge, ging es sogar stürmisch zu. Also nichts mit Badewetter. Aber manche Strandbesucher lassen sich nicht einmal von so einem Unwetter abschrecken. Hier sind sie auf dem Weg von Deutschland nach Slowenien, um zu helfen. Die ersten Mitarbeiter des Deutschen Technischen Hilfswerks sind in der Katastrophenregion angekommen. Die Rettungskräfte sind in vollem Einsatz. Es gibt eben jede Menge zu tun. In Lubno in Slowenien begrüße ich jetzt live unsere Korrespondentin Anna Tillak. Anna, das THW soll ja bei euch angekommen sein. Wie laufen denn die Aufräumarbeiten vor Ort? Vielen Dank damit an Anna Tillak. Live für uns in Slowenien. Ja, dort hat sie sich gemeldet beim Notruf vom Weißen Ring. Eine Frau hat um Hilfe gebeten. In diesem Haus, was Sie jetzt gleich sehen, soll ihr Mann sie zwölf Jahre lang eingesperrt und gefoltert haben. Ja, und die Polizei hat den in Frankreich lebenden Deutschen festgenommen. Und jetzt im Verhör spricht er von einer Krankheit seiner Frau. Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Horrorszenario, das sagt der Staatsanwalt noch gestern, sondern um nicht zufriedenstellende Bedingungen bei der Pflege einer kranken Person. Dazu wird er sich ja gleich noch in der Pressekonferenz Stellung nehmen. Und mehr dazu gibt es dann morgen bei uns hier in Brisant. 16 Tonnen Gummibärchen landeten statt im Supermarkt auf der Straße. Zur Freude der im Stau stehenden Autofahrer. Unsere Kurzmeldung. Vom Berg zum See ein schöner See. Das Wetter scheint auch mal mitgespielt zu haben. Es sollte eben ein entspannter Tag am Wielsee in Niedersachsen werden. Mit einem neuen Boot. Doch dieser Bootsausflug fällt wortwörtlich ins Wasser. Ja, die Geschichte unseres Pechvogels des Tages. Schlechte Nachrichten gibt es jetzt für werdende Eltern. Ab 2024 könnte es so sein, dass Schwangere mit einer Frühgeburt in ein anderes Bundesland reisen müssen. Grund dafür sind höhere Anforderungen an die Stationen. Ja, drei Frühchenstationen in Brandenburg könnten die eben wohl nicht mehr erfüllen. Diese Aktion macht Taylor Swift sehr sympathisch. Sie ist mehr als großzügig zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ja, das beweist sie jetzt bei ihrer The Errors Tour, mit der sie übrigens weltweit Rekorde bricht. Ja, und nicht nur sie, zum Beispiel auch Keanu Reeves ist einer, der sehr spendabel mit seinem Umfeld und auch seinem Team umgeht. Das kann man verstehen. Über 50 Millionen Tonträger hat er verkauft. Und damit gehört er zu den erfolgreichsten Schlagersängern überhaupt. Ja, für Howard Carpendale ist aber noch lange nicht Schluss. Im Moment ist er mit seinen 77 Jahren auf Open-Air-Tour. Und dazu haben wir ihn getroffen. Und wir haben mal seine Fans gefragt, was sie eigentlich so an ihrem Howie lieben. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Mit seiner Rolle als Dr. Stefan Frank hat sich Sigmar Solbach ja in die Herzen seiner Zuschauer und Zuschauerinnen gespielt. Ja, und heute vertraut ihm eine Frau ganz besonders. Und zwar seine eigene Frau. Ja, mehr als 20 Jahre ist er jetzt mit seiner Claudia verheiratet. Und sie ist Künstlerin und stellt ihre Gemälde ja in Wien aus. Und Sigmar Solbach, der unterstützt den Traum seiner Frau. Es ist offenbar Zeit, endgültig Lebewohl zu sagen. Zu einer der Abendshows im deutschen Fernsehen, mit der ja viele von uns groß geworden sind. Hier kommen sie, unsere Promi-News. Kennen und Leben gelernt haben ihn viele in den 90ern in der Highschool-Serie Willkommen im Leben. Und da hat er die Rolle des Bad Boys übernommen, Jared Leto. Heute ist er ein Oscar-Preisträger und ein Designer und natürlich Sänger der Band 30 Seconds to Mars, mit der er bald auch ein neues Album rausbringt. Ja, und wir haben Jared Leto getroffen und mit dem besonderen Künstler mal über ihn gesprochen. Ja, und was ihm noch gut steht, dem Jared Leto, ist sein Kostüm, das er auf der Met Gala getragen hat. Zu Ehren von Karl Lagerfeld ist er ja, wie bereits gerade gesehen, verkleidet als seine Katze Choupet über den roten Teppich gelaufen. Die wahrscheinlich reichste Katze der Welt. Und immerhin hat sie von Herrchen ja auch gut geerbt. Und heute, am Internationalen Tag der Katze, widmen wir uns mal Choupet, ja was sie wohl heute für ein Leben führt. Ob prominent oder nicht, bei uns in Deutschland ist die Katze immer noch das beliebteste Haustier und bleibt die Nummer 1. Auf brisant.de haben wir Ihnen 9 erstaunliche Fakten über Katzen zusammengestellt. Ja, und damit verabschieden wir uns auch noch mit einem Katzenmusikvideo, welches im Moment tatsächlich viral geht. Ja, vielleicht haben Sie ja auch ein talentiertes Kätzchen zu Hause, man weiß ja nie. Wir sind auf jeden Fall morgen, wie gewohnt, um 17.15 Uhr für Sie da. Bis morgen. Adios. Ja, wir sind auf jeden Fall.